Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Nudelbäckchen auf ihrem Weg zu mir nach Hause. 99 Hilfspakete, singen wir doch in großer Not. Ausverkauft ist Flüssigseife und alle Sorten Knäckerbrot. Kassiererinnen drehen am Rad, jede Schuhe den Baten nahe. Weil wir fast verhungern müssen, haben keinen Platz für unsere Ware. Nennst du vielleicht gerade an mich, ich kauf heut leider nichts für dich. Mein Einkaufswagen ist schon voll, das pumpe ich mir ganz alleine. In der Krise zeigt es sich, sind wir Menschen oder keine.